Müssen wir wirklich das Land Berlin verklagen? Wir, das sind 29 Krankenhäuser im Land Berlin mit über 9.500 Betten. Alle Krankenhäuser stehen unter erheblichem finanziellen Druck, aber nur Vivantes. Vivantes erhält jährliche Ausgleichszahlungen vom Land Berlin aus Steuermitteln. Das ist ungerecht und führt zu einer Wettbewerbserzählung. Wir werden in einer Klage zu klären haben, ob das Verhalten des Landes Berlins gegen das Grundgesetz, gegen EU-Beihilferecht, gegen das Krankenhausfinanzierungsrecht oder gegen die Haushaltsordnungen des Landes Berlins verstößt. Ein gesundes Berlin geht nicht ohne uns.